so ich verstehe es das ist aber schön dass das hier so ein schönes rätsel ist ein wirklich schönes rätsel ich bin gespannt was passiert wenn ich nicht rechtzeitig durchgerannt bin cool ich komme da überhaupt okay das ist wirklich ziemlich ziemlich licht es ist ein kaltes 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 so ich möchte diese lampe hier ausmachen weil ich einfach wissen will warum die darum hängt okay so irgendwas ist hier soundtechnisch nicht ganz so richtig und mich wundert dass es hier noch keinen einzigen stalker gab die kommen mit sicherheit bald oder oben da kommen hier hoch so dachte ich mir schon fast dass es da mehr gibt als es den anschein erweckt erst mal okay 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 so 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 Gemütlich eigentlich. Nichts besonderes. Wieso kann ich den nicht angreifen? Ach ja, ich habe hier kein Schwert. Klar. Kann ich den nicht angreifen. So. Dann. Weitsicht. Da hinten ist dieses. Da oben ist jenes. Ich hätte natürlich jetzt... Okay. Dolch. So. Also, die sagen mir... Der Feind existiert gar nicht. Zack. Zack. Zack, das ist die Tür. Okay. So sind wir hier vorbei. Der Feind hätte uns hören können, der aber anscheinend gar nicht wirklich real ist. Den wir uns angeblich nur einbilden. So. Aber die angeblichen Feinde können wir auch nicht töten. Weil... 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 Weil wir natürlich auch kein Samurai-Schwert haben. Dann war das die Geschichte. Kommt der nächste interessante Zug. Das würde gehen, oder? Oder bringt mich das auch? Nein, das würde gehen. Okay, dann bleibt aber trotzdem hier rauszufinden. Warum? Wo ich da hingehe. So. So. Ja, das war jetzt eh für den Eimer. Ich will aber auf die andere Seite, weil ich das Gefühl habe, dass da hinten... Ähm... Schöne Gegenstände sind, die ich gerne hätte. Ah, puh. Okay. Nochmal. Also, ich darf mich nicht bewegen, wenn der Zug kommt. Sondern ich muss schön gemütlich warten. Genau. So. Schicksalsraum. Schön. Schön. Da freue ich mich doch schon mal. Ihr wisst, wie ich Schicksalsräume liebe. Ich liebe Schicksalsräume. Die machen echt Spaß. Keine Gegner. Lust in der Gegend rum. Wunderbar. Zack. Ah. Da gehe ich wieder. Okay. Wenn ich dich ausmache... Wenn ich dich ausmache, ist das so. Dann kann ich hier quasi unterschiedliche Dinge aktivieren oder deaktivieren. Dann kann ich mich hier mal ein bisschen umschauen. Dann kann ich mich hier mal ein bisschen umschauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Dann sind wir schon mal hier. Drehe ich mal weiter. Nein. Drehe ich mal in die andere Richtung. Will ich... Will ich... Will ich... Hm. Sekunde. So. Wenn ich den... Das heißt... Das heißt, ich nehme den... Und dann sind die da hinten aus. Das ist jetzt aber natürlich dämlich, dass der Lichtschalter da drüben nicht an ist. Hm. Dann muss ich mir dann nochmal überlegen. Ähm. Nein. Nicht so. Auch nicht so. Sondern eher so. Muss ich mir nochmal überlegen, den Lichtschalter hier auszumachen. Genau. So. Damit ich da drüben reinkomme. Äh. Andere Richtung. So rum. So rum. Genau. Dann kann ich hier mal schauen. In aller Ruhe. Zack. Gut. Und ich denke, dann geht's jetzt wirklich darum, die gegenseitigen Lichtschalter sich auszuschalten. So. Kann ich den nehmen. Und das will ich eigentlich gar nicht. Genau. Ich will quasi folgendes machen. So. Noch. Äh. So. Einen rüber. Mal kommen. Dann sind die beiden hier aus. Kann ich dich deaktivieren. Und. Dann gehst du hier rüber. Zack. Zack. Kann ich. Kann ich. Dich deaktivieren. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wie komme ich jetzt am geschicktesten da oben hin. So. So deaktiviere ich quasi beide. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte die beiden schön aktiviert lassen. Ich würde die Laser ganz gerne generell deaktivieren. Aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. So. Was kann ich denn da eigentlich machen? Was kann ich denn da machen? Hm. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich da hoch? So. Wie komme ich da hoch? Da sind ja auch die Metalldinger. Der Laser ist wieder aktiv. Ach, ich bin doch ein Held. Ist doch logisch, wie ich da hinkomme. Naja, fast zumindest. Wie mache ich das? So, nein, so nicht. Nein, so auch nicht. So mache ich das. So. Dann. Ah. Perfekt. So geht es also. Okay, so machen Sie. Okay Gut, dann schaue ich doch nochmal auf die Karte Ob ich irgendwo was verpasst habe Aber es sieht nicht so aus, als ob ich was verpasst hätte Das heißt, die Rollen müssten alle in Ordnung sein Die müsste ich alle haben Gut Dann kann ich ja jetzt eigentlich wieder hier hochgehen So Und zack Zack, zack Dumti dumti dum Dumti 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 dum Da ist die Geschichte Zack und hoch So Dann habe ich auf jeden Fall die Geschichte hier erledigt Mit dieser Bahn Okay Okay Okay